So, einen guten schönen Hallo und wunderschönen Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh, das ist der Feuerstein. Super. Wir werden heute nicht viel machen. Also zumindest hier nicht. So, du kannst auch mal aufhören. Wir sammeln uns mal ganz kurz. Was kann ich jetzt hier wieder hin? Wunderbar. Spitzhacke. Ich werde jetzt diesen Bauarbeiter zum Bergarbeiter machen. Ja. Und ihn in ein Ruderboot setzen. Nicht in das Dauerportal. Nein, nein, nein. Böse, böse. Ruderboot. Möchtest du wirklich zur Insel reisen? Der aktuelle Mond geht zu Ende und dein Dorfbohler werden ernährt. Nein, möchte ich nicht. Ich baue nochmal ganz kurz hier alles ab. Ich weiß nicht, wie lange braucht denn der Kollege hier noch? 85 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Äh, Holz. Holz. Was ist hier eigentlich los? Okay. Milch kommt in den Müll. Also, Müll. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Zivilen kommen da hin. Äh? Doch, alles richtig. Jetzt spielen wir uns mal nochmal anbauen. Ne, das ist Quatsch. So. Ja, Stock. Keine Ahnung. Dahin. So, das wird angebaut. Das wird angebaut. Ich habe fünf Karten zu viel. Äpfel. Gut, ich habe 600.000 Äpfel. Können wir mal ein paar verkorten. So. Auf geht's. Tag ist eh halb rum. So, ihr könnt alle essen. Warte, wir haben auch so viel Essen. Alle wurden satt. Und wir sind auf einer neuen Karte. Auf der Insel. Während du auf der Insel bist, musst du dich nicht um das Festland kümmern. Du kannst mithilfe des Ruderboots jederzeit zum Festland zurückkehren. Das Ruderboot kann nur eine einzige Karte transportieren. Mit anderen Schiffen kannst du mehrere Karten hin und her transportieren. Sollten all deine Dorfwohner sterben, kehrst du zum Festland zurück. Viel Erfolg. Oh mein Gott. Ein neues Spiel. Im Spiel. Eine Muschel. Geil. So, Ruderboot kommt hier in die Ecke. Sand. Hauptbestandteil eines schönen Strandes. Okay, eine Muschel. Hauptzahlungsmittel. Achso, okay. Seetang. Ist wahrscheinlich was zum Essen. Ja. Mond 50. Banano. Banano. Erhalte zwei Bananen. Kenn ich irgendeine Idee hier? Nein. Erreicht drei Muscheln. Und das Einfachste ist, erstmal schlage ich etwas Treibholz. Wir können uns ja aber wirklich nach der Quest richten. So. Die neuen Pakete. Ich weiß nicht, was Sand bringt. Fange einen Fisch. Scheiße, ich hätte die Angel machen müssen. Die Angel mache ich aber aus Seilen. Und ich weiß noch nicht, wie ich Seile mache. Sand. Sand und Stock bringt nichts. Ganz so. Löwe. Rohrfisch. Nicht Quatsch. Seetang. So, Essen haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Rohrfisch müssen wir verarbeiten. Oh, hier haben wir übrigens das Seil. Noch eine Banane. Noch eine Banane. Baumbolle. Nochmal Baumbolle. Äh, ja. Mach mal da hin. Banane. Reifolz kann man verarbeiten. Ein Angelplatz. Ein Gewässer voller Fische. Ich habe eine Idee, wie ich Dings mache. Warte mal. Wir machen mal hier Holz erstmal durch. Oh, Brett. Das ist krass. So mache ich jetzt ein Seil. Richtig? Ja. Okay. So, fange anstelle eine Fischfalle her. Wir machen erstmal die Angelroute. Ein Stock, ein Seil. Okay, Mond ist zu Ende. Seetang und Banane. Wir können ja auch mal gucken, ob das in Kombination irgendwas bringt. Nein. Brett sehe ich mich nicht. Noch ein Angelplatz. Ein Bananetree und eine Banane. Was ist denn da los? Ih, verwandelt sich nach, äh, zu Pampe. So, dann machen wir ihn zum Fischer. Kann man das auch noch verkaufen. Ich brauche unbedingt, ähm, Affe. Ich möchte sehr gerne eine Banane. Geben wir ihm die. Dressierter Affe. Krass. Kann dir bei Aufgaben helfen? Oh. Wie gut. Eine Makrele. Errungenschaft, fischig. Stell deine Fischfalle her. Da, müssen wir mal gucken. Eine Makrele. Ich muss trotzdem irgendwie... gucken, wie ich... Kann ich dir mal einen Spitzhack in die Hand haben? Ne. Das wäre lustig. So, nochmal Makrele. Was kann ich damit... Nein, nicht kämpfen. Oder? Nicht kämpfen. Mach nochmal Makrele. Aber ich schwummel die jetzt hier über ein... Über ein... Über ein Dings, wa? Scheiße, ich kann die gar nichts verkaufen. Rohrfisch. Die ganzen Sachen werden schlecht. Echt Kacke. Stoff. Ach, nicht der Ernst. Noch ein Angelplatz. Sehr gut. Reibholz. Muscheltruhe. Eine Muschel, zwei Holz. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Banade und Fisch. Bringt nix. Ich brauche auch unbedingt... Einen... Scheiße, ich brauche nochmal eins. Äh, verkaufe mal den Stock. Äh, was wollte ich denn sagen? Ein Lagerfeuer. Wie mache ich denn ein Lagerfeuer nochmal? So ewig her. Ein Stock, ein Feuerstein. Wo ist man ein Feuerstein? Holzkohle. Lagerfeuer und Holz. Ja, macht Sinn. Reibholz. Kann unser Affe machen. Zetang. Schaluppe. Ah, kann zehn Karten transportieren. Wichtig, zwei Bretter, ein Segel. Ich hätte das Brett nicht verkaufen sollen. Ich weiß auch nicht, wie ich Segel herstelle. So eine alte Banane nochmal verkaufen. Segel. Ein Stoff, ein Seil, ein Dorfbewohner. Bananatree, den lassen wir mal. Treibholz. Das kann unser Affe noch machen. Eine Fischfalle, ein Angelplatz, ein Stein, ein Seil. Schwierig. So, Bananenbaum lassen wir mal. Da können wir jetzt unsere Truhe endlich machen. Sehr schön. Ein Stöckchen kriegen wir noch. Ein Hülschen. Und ein Treibhülschen. Was ist mit dem Affen? Ach so, der braucht jeden Tag eine Banane, damit er dressiert ist. Okay. Kann ich dem Affen nicht einfach eine Banane geben? So, dressierte Affe. Okay, Essen haben wir. Ich glaube, die werden trotzdem wieder schlecht. Ah, ich töte den Makreler. Two raw fish. Zweimal Holz. Ja, Seil, Baumwolle. Muss ich jetzt mal finden. Kann man bestimmt später auch irgendwie herstellen. Jawohl, das ist der Feuerstein. Sandstein. Zweimal Sand. Ach, das ist Alternative. Okay, verstehe. Warte mal, Lagerfeuer. Stock, Feuerstein. Und dann können wir auch unseren Fischbraten. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen umsortieren. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, eine Fischfalle geht aus... Okay, Holz, Kohle, Stoff, Seil, Sandstein, Muscheltruhe, Segel, Schaluppe. Angelplatz haben wir nicht. Stein und Seil haben wir alles nicht. Muss Geld verdienen. Neues Paket, Grillen und Schillen. Erreiche 10 Muscheln. Ich weiß gar nicht, wo die Quest hier war. Affe, Banane, Ursprung, Fleisch, Baumwolle. Baumwolle. Na ja, ich glaube, das ist das, was ich unbedingt brauche. Da ist schon mal der Angelplatz. Sehr gut. Okay, direkt noch einer. Treibholz. Und nochmal Banane. Oh, das dauert aber lange. Was brauche ich für einen Ofen? Ach, da brauche ich, glaube ich, Eisen schon dafür, ne? So, Militär kann ich hier mit mir mal klemmen. Ei, ja, Eisenstange. Scheiße. So, Seetang wird schlecht. Sehr gut, Baumwollpflanze. Treibholz. Nochmal ein Feuerstein. Und noch ein Angelplatz. Gut, die Angelplätze wären ja zum Glück nicht schlecht. Oh, wir haben viel zu viele Karten. Hm, das wird ein Problem. Wie baue ich denn eine Hütte hier? Also ein Lagerhaus kann ich mir klemmen. Ich habe kein Eisen. Aber eine Hütte. Holzstein-Stock. Scheiße. Boah, ich muss sieben Karten gleich loswerden. Sechs Karten muss ich loswerden, ne? Ich muss das Holz loswerden. Ach, das ist ganz bitter gelaufen. Ja, der Affe kriegt von mir gleich wieder eine Banane. Ja, komm. Halt, warte. Fischfalle. Ein Angelplatz. Stein und Seil. Okay, also das können wir machen. Ja, ich brauche einen Stein. Wo kriege ich Steine? Da ist Sand. Da ist auch Sand. Müwe. Baumwolle. Nee, dann machen wir das hier. Ja, das war Baumwollpflanze. Ah! Oh Gott! Erstes Seil. Müssen wir die Makrele bitte töten? So, oder? Nee. So rum. Raw Fish. Ich weiß nicht, der erste kann sein, dass der gleich verdirbt. Kaufen wir auch mal lieber. Den zweiten auch. Ah! Baumwolle, Baumwolle. Macht es zum Seil. Baumwolle, Baumwolle. Macht es zum Seil. Baumwolle, Baumwolle. Macht es zum Seil. Nächste Kiste. Freipholz? Nein. Noch eine Baumwollpflanze. Sand? Ah, nee, Platz. Angeplätze können wir auch mal hier machen. Ich brauche ganz dringend Sand. schon wieder Treipholz. Ich brauche gar nicht. Hier hat eine Baumwollpflanze. Feuerstein. Na! Boah, wie viel Pech kann man denn haben? Krieg einfach keinen Sand. Ich muss zehn Karten verkaufen. So, wie viel noch? Noch sechs. Zwei Seile. Ein Angelplatz. Einmal Baumwolle. Immer noch zwei. Scheiße. Freipholz geht weg. Ganz ehrlich, der Affe. Ach, den kann ich gar nicht wegmachen. Absolute Verschwendung. Absolute Verschwendung. So, bitte einmal Sand. Treipholz. Nochmal Treipholz. Seetang. Braucht kein Mensch. Ich habe eine Baumwolle. Ah! Nein! 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 Wie viel Pech kann man denn haben? Nein! 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 Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Man kann ja aus zwei... Ach nee, aus drei Holz mache ich ein Brett, ne? Hä? Oh, was mache ich denn aus vier Baumwolle? Boah, Stoff mache ich aus vier Baumwolle. Geil! Alter, ich habe so viele Sachen. Gut, wir gehen weiter auf die Fischfalle. Hilft ja nichts. Ich muss hier alles verkaufen. Also, Grilled Fisch. Ich muss zum Glück nur elf Karten verkaufen. Also, Sand müssen wir behalten. Stoff können wir verkaufen. Brett können wir verkaufen. Das können wir alles verkaufen. Gehen wir ein paar Muscheln. Nochmal drei Karten. Zwei Angelplätze weg. Einen Bananenbaum weg. So. Den Rest brauche ich leider. Tut mir leid. So, warte mal. Können wir mal so rum machen. So, wir kaufen uns schon mal die nächste Idee. Ja! Endlich! Finally! Achso, ich muss erst mal töten. Sorry. Sandstein. Angelplatz, Stein und Seil. Jetzt habe ich keinen Angelplatz mehr. Das ist mein Ernst? Achso, gibt es hier Angelplätze? Äh, warte mal. Gibt es hier überhaupt Angelplätze? Ja, Angelplätze gibt es. Alter, ich sehe mich hier jetzt schon wieder keinen Angelplatz kriegen. Baumwollpflanze. Treibholz. Baumwollpflanze. Seil und Sandstein. So, ich verarbeite so viel wie möglich. Was ich dann wieder verkaufen kann. Oh, ein Stock. Ja, schafft man nicht. Gibt es einen Angelplatz? Nein. 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 Ach Gott. Boah, ich muss so viel verkaufen jetzt gleich. Warte mal, kann ich mir nicht eine Hütte bauen jetzt? Holz, Stein, Stock. Und ein Mensch wahrscheinlich, ne? Ah, ich glaube... Ah, 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 ah. Ja, komm, ich muss das unbedingt machen. Ich brauche mehr... mehr Platz. Ich muss 22 Karten verkaufen. Immer noch sieben Karten zu viel. So, die gesamte Baumwolle geht raus. Das geht raus. Zwei noch. Oh, jetzt wird es bitter. Also, ich habe sehr, sehr viel... Das ist doch nicht zu fassen. Genau jetzt. Die erste Karte ist ein Angelplatz. Nachdem ich hier umges... Ja, und die zweite auch noch. Super. Dreipholz. Jetzt kriege ich wieder keinen Stein mehr. Ach, wie bitter. Ah, das ist wirklich gemein jetzt. Bitte. So, die ist schon mal... Super wichtig. Warte mal, wir machen mal hier wie... ...dem anderen. Die sind unten hin, die oben hin. Angelplätze kommen hier in die Ecke. Die Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Also, nächster Versuch. Angelplatz haben wir mittlerweile. Stein und Seil. Stein und Seil. Seil haben wir, wir brauchen nur Stein. Nein. 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 Einmal Sand. Jetzt können wir auch mal ein bisschen anders sortieren. Oh. Shit. So, Sand. Wir haben ja genug. Banane. Banane. Feuerstein. Kommt direkt in den Müll. Baumwolle. So. Bitte lass einen Stein drin sein. Natürlich ein Angelplatz. Baumwolle. Ja. So. Angelplatz. Sandstein. Seil. Ich hab so viel Holz. Fischfaller. Inseleinblicke. Neues Paket. So. Stell ein Segel her. Hatten wir schon. Gut. Machen wir morgen weiter. Und dann. Oh. Flasche rum hab ich gefunden. Ah. Sind wir hier immer noch auf unserer kleinen neuen Insel. Mit unserem einen Dorfbewohner. Ich weiß gar nicht. Hab ich die Möglichkeit? Ach ne. Ich muss einen zweiten theoretisch finden. Aber das geht ja nicht. Das ist schwierig. Ich konnte auch nur einen Dorfbewohner mitnehmen. Ja. Kann eine Karte transportieren. Also kann nur ein Dorfbewohner sein. Ärgerlich. Na gut. Wir sehen uns. Bis morgen. Meine Lieben. Adieu. Ach. Like.